Ollys geheimer Zirkel Sie treffen sich jeden Sonntag um drei und sprechen ihre geheimen Pläne durch und hauen sich gegenseitig auf den Arsch, so wie er das gerade macht, ne? Hä? Was? 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 Na der blaue Typ hier neben dir Alter, hast du deine Medikamente nicht genommen? Bei mir sieht man gar nichts Ich nehme auch gar nicht auf, ich habe keine Beweise Der Looping hier, der Looping Da! Der haut dir auf den Arsch, der will deinen Arsch Na, dann lass uns das im Bedwass klären, oder was? Ja, willkommen zu Easily Hast du jetzt schon aufgenommen? Ich, äh, ja, ich nehme auch du nicht Doch, ich nehme mal auf Natürlich nehme ich auf Ey, nehm ich gerade auf, Mann Ähm, na guck mal, du bist schon so richtig wie ich Du kannst irgendwann mein Double werden auf irgendwelchen Veranstaltungen Ja, du musst mir halt bloß irgendwie deine Sachen schicken Dann kann ich die anziehen Richtig, und du musst auf Knien gehen Auf Knien gehen Ja, und ich muss eine Mütze tragen, das kann ich tun Richtig, dann fällt das gar nicht auf Oh, Mann Ich such mir jetzt hier etwas, du bist jetzt eine Super-Duper-Man Ich bin Super-Duper-Man, nachdem die letzte Folge Rage-Mode ja so super war Werde ich jetzt noch eine Schippe draufpacken und Ultra-Super-Man werden, ne? Oh, Mann Wir sind direkt Team Blau hier Guck mal, wir können einfach Wir sind gerade in eine volle Lobby gegangen und haben zwei Leute gekickt Ist das nicht herzlos? Wir sind richtige Schweine Aber das macht man so, wenn man berühmt ist Also du, ich nicht Ich bin nur zufällig hier Du bist nur zufällig hier, ja Zufällig getroffen hier Ich bin dein Anhang Ich bin dein Plus Eins Ich gehe eigentlich auch nur auf Minecraft-Server, damit Leute fragen, dass sie einen Screen möchten Und dann möchte ich sie ignorieren Absichtweise, weil ich mich wichtig fühle Und dann lasst uns mal jetzt loslegen, gleich in 23 Sekunden Oh, das ist unsere Map Das ist unsere Map, die haben wir gewonnen letztens Wir können nochmal gewinnen, glaube ich Wir können nochmal gewinnen So, ich baue schon mal los mit meinen sieben Blöds Sieben Stück, ja, auf geht's, auf geht's, auf geht's Okay, warte Ich hole hier mehr, ich hole hier mehr, ich hole hier mehr Da kommt der Krankenwagen, ich hoffe, das hört man nicht Ich weiß nicht, was du meinst Aber gut, anscheinend bekommst du jetzt einen Zellengenossen, oder was? Ich bekomm Zellengenossen, es wird Zeit Den anderen habe ich umgebracht Aber hast du ihn auch gegessen? Weil sonst kann man das zurückverfolgen Ich hab ihn gegessen, keine Angst Sie müssen schon ziemlich, ziemlich neugierig nachbohren, um das herauszufinden Okay, das reicht Okay, ja, lass uns mal das Thema wechseln Sandblöcke, wie findest du Sandblöcke? Sandblöcke finde ich ganz nett Ich möchte gerne, ähm, Sandblöcke bauen Erstmal baue ich mir ne Rüstung und dann Stock oder sowas Oh, ich baue, hol mal Sticks Äh, Blöcke Ich hab nicht genug Ich hab Blöcke Schnell, 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 schnell Ich komme Das andere Team könnte vielleicht schon Ich komme angebraust Angebraust Das ist der Isen, der ist im Haus Ey, wir spielen nur noch diese Map, wenn wir gleich wieder gewinnen Warte mal Schneller, schneller, schneller Wir müssen uns nach oben bauen auch noch Ja, ein bisschen Okay Lass mich aber rüber, erstmal Ja, los, geh, 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 geh Hab, 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 ja, weg, 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 weg Ich kick ihn schon weg, ich kick ihn schon weg Das ist Heisenberg, den ich getötet hab Du hast Heisenberg umgebracht, was zu Heisenberg getötet Warte mal, die anderen kommen gar nicht rüber Warte mal, warte mal Wir sind nur drei, okay Warte mal, ich geh direkt rüber Ja, direkt rüber, komm schon Einfach so Zack, 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 zack Nicht kicken, nicht kicken, nicht kicken Wo sind denn die anderen hin? Guck mal Ja, ja, komm Wollen sie echt hier, Tobianski oder so Oder was? Tobianski Zeig sie ihnen, zeig sie ihnen Wo stehen denn die anderen? Ha Okay, gut Nach da hinten sind welche, okay Sehr gut Farme das Gold und gehe gleich zurück Und hol mir einen Bogen Schnei-schicken Schnieken Bogen Warte's weg Ach du Scheiße, dieses Monster Sehe du dieses Monster an Ich kenne ihn nicht Ich kenne ihn nicht Ah, ich bin getötet worden Keine Ahnung, ob der andere runtergefallen ist oder nicht Ist okay, der kommt hier rüber Hier, pass mal auf Oh ja, der ist runtergefallen Der ist runtergefallen Echt jetzt? Ich liebe dieses Spiel Ach du Scheiße Und der ist auch runtergefallen Wir haben Team Blau ausgelöscht Innerhalb von drei Sekunden höchstens Drei Sekunden, das ist gut, Mann Das ist gut Ganz nett, ja Könntest du mit Blöcken herkommen Weil ich komme hier nicht weg Ich versuche es, warte Aber erstmal baue ich mir noch ein bisschen Nahrung zusammen Ein bisschen Nahrung zurecht bauen Und dann komme ich Ja, ja, das ist immer wichtig Nahrung dabei zu haben Weil stell dir mal vor Du hast irgendwann keine Nahrung Und musst aber essen Dann sind Nahrungsmittel nahrhaft Okay, weiß ich nicht Achso, du redest gerade mit mir Ja, ja Ich möchte einfach nur mein Gold verwenden Hier, los geh Alter Okay, hab's geschafft So, dann baue ich mir jetzt Äpfel aus dem Gold Hä? Äpfel aus dem Gold, warum? Ja Gerne, warum nicht? Weiß nicht, oder Steaks? Schwerter? Weiß nicht Goldene Äpfel oder sowas Das kommt immer gut an Hm, doch doch Habe ich meine Sachen schon an? Nee, jetzt Okay, warte mal Oh, Eisenschwert, noch ein Eisenschwert Wie viel braucht man für Team Rogen? Ist die Frage Was ist denn los mit den Leuten? Also Team Grün Müssen wir noch umbringen Und Team Grün Team Grün hat noch gar nichts gemacht Team Grün ist einfach nur total lustig drauf Also das ist so eine Clownstruppe Wieso das denn? Was machen die denn? Die hat gerade versucht einen Block zu setzen Und ist nach dem ersten runtergefallen Oh Mann Oh, weißt du was ich jetzt mache? Pass mal auf, was ich jetzt mache Guck mal hin Guck mal zu Team Grün hin Guck zu ihm hin Ich gucke, ich gucke Kommst du soweit? Warte Warte, guck mal hin Guck hin, guck hin Ich gucke, ich gucke Er kommt Oh Mann ist das gemein Die sind auch nur da Damit die anderen sich besser fühlen Das ist nett Das ist echt nett Ich gehe mal kurz zu Team Blau Ich gebe dir Warte, Eisenschwert gebe ich dir Hier Ich gehe kurz zu Team Blau Und baue mir selbst kurz Mach du mal Team Grün alleine Jetzt weißt du Du musst auch mal das Bett abbauen Immer muss ich alles machen Das geht so nicht Alles klar Das ist so eine Trainingsrunde jetzt Weißt du? Das ist so eine Hat ihm doch schon keinen Bock mehr, denke ich Guck mal, die stürzen sich schon in den Tod Die stürzen sich schon in den Tod? Oh Mann Das ist gut Jetzt habe ich mir vier Fälle gehört Oh, weißt du was? Ich will nicht mit dem Bogen gegen die kämpfen Ich will mit dem Bogen gegen die kämpfen Denn ich muss meinen Bogen-Skill verbessern Und Was ist besser? Ich habe ja einen Achso Dann gib mir ihn wieder Warte, ich gebe ihn dir wieder Lass uns so tun, als wären wir jetzt überrascht Guck mal, wir sehen gar nicht, dass die kommen Ich will auch mal schießen Auf den da hinten, nicht auf den der baut Das ist so gemein, ey Oh Gott Siehst du Das könnten wir sein, da drüben Das könnten echt wir sein Das sind wir in Folge 1 einfach nur Dann lasst uns mal mit Blöcken rüberbauen Okay, lass uns mal bauen, warte Ich fang mal an Okay, ich habe leider keiner mitgenommen Natürlich nicht Natürlich hast du das nicht Warte Ich muss den richtigen Winkel finden Und dann geht's los Nicht mal einkriegst, Mann Ich kann gerade nicht bauen, ey Ich bin gerade völlig Oh Gott, der rennt zurück Oh Gott, das will Okay Ich schieße ihn einmal ab und dann rennt er schnell zurück Das sieht sehr witzig aus Oh Gott Ich treffe immer noch nichts Ich kann nichts treffen, ey Na warte, ich gehe mal mit dem Schwert in den Nahkampf hier Ich habe dir auch ein Schwert gegeben, übrigens Ich weiß Die haben Spinnenweben gemacht Hey Kletter mal hoch Kletter mal hoch, ich töte dich hier unten Okay, warte, ich mache es weg Oh Gott, meine Augen Soll ich es abbauen, ja Soll ich es abbauen Ja, tust, tust, tust Komm, wir lösen Oh Mann, ist das echt schon irgendwie grausam Komm, den letzten tötest du, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht Achso, warte, das Komm, der denkt jetzt, ich bin halb tot und der jagt mich Warte, ich komme Los, komm her, ich will dich töten Der letzte Schlag, oh Mann GG Ich schreibe auch GG, ey, komm Das war einfach nur GG Das sind noch nette Menschen Ja, das sind nette Menschen, die sind, die sind, die sind nett Ja, das war auch eine erfolgreiche Runde Bad Boss Ja, super, high five High five, yay Yay